Die Gedanken für den Dach Heute ist Stephanie Kassel, Pastoralreferentin an der Perch Oeversauer St. Pirmin. Heute gibt es ein Apparat, ein Maschinen oder ein Automat für alles. Der Main-Roboter sucht dafür, dass das Gras runter im Taus klein bleibt, der Staubsauger-Roboter mischt den Boden am Haus proper, die Küche-Maschinen hilft dem Menü, um den Tisch zu zaubern und wahrscheinlich geht es danach für vieles mehr. Wir haben etwas gelesen, dass das wirklich erstaunlich ist. An der Schweizer Ortschaft Metauertal, nicht weit von der deutschen Grenzwäsch, da gibt es ein Gut-Gemach-Maschinen oder auch Schöler-Klapp-Automat genannt. Da guckt er sicher so erstaunlich. Und was geht es? Aber es handelt sich um einen umgebauten Telefonskabin, so ein, wie es da an der Zeit bald an alle durchgauf. Schüttere ihn, den ein bisschen Unerkennung braucht, denn er sei genau richtig. Es kann ihm zwar nicht richtig auf die Schöler geklappt, so mit einem automatischen Arm oder so, aber es kann ihn richtig gut gelaufen. Es geht ihm an das Kabine ran. Als erst muss ihn auf einem Ekran gehen, für was den der Lauf verdient wird. Zum Beispiel ein Extraschicht an der Firma, zwischen den Riedern zu Hause, oder eine gute Idee für den Boppa sein 27. Geburtstag. Dann bitt den Automat um ein Foto zu machen, für das er sein Lauf auch kann öffentlich machen, um Internet zu posten oder so. Schließlich kriegt er noch eine Bank, für einen engen Boutique rundherum anzuleisen. Und dann, endlich, als es soweit, es geht ihm gelaufen. Es läuft ein Videoclip mit Leuten, die ihn klatschen, trottern und Konfetti haben. Der Automat tut alles drauf, was Fachleute von einem guten Feedback erwarten. Ein Lauf soll immer für eine konkrete Sache ausgeschwärts gehen, also die Extraschicht oder die Wäsche von den Riedern. Dann gehört dazu eine gewisse Öffentlichkeit, das wird dann mit einem Post auf Social Media aufgedeckt oder natürlich mit dem Jubelvideo. Und zuletzt geht es dann auch noch eine Belohnung. Das muss dann die Bank, die ihn kriegt. Und damit bleibt das dann auch nicht mehr virtuell. Es gibt nicht mehr eine Sache, die den Automat nicht kann leisten. Das ist der Lauf von Person zu Person. Das, was der Lauf eigentlich so wertvoll ist. Die Beziehung, die da am Mittelpunkt steht. Und oft, als man im Lauf dann auch ein Schiller klappt, ein Anzwinkern, eine Möbelung oder so ein Satz verbunden wird, das hast du richtig super gemacht. Das kriegt den Automaten leider nicht hin. Aber das wird für die Feedback-Experten die höchste Form vom Lauf. Und diese Form geht nun einmal bei den ersten Menschen, so wie wir da sind. Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. Manche Menschen wissen nicht, wie gut es ist, sie nur zu sehen. Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt. Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir ohne sie wären. Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind. Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen. inquärarti du mich